hallo leute und willkommen zur ersten let's play minecraft auf dem kanal meine let's play together wir fangen ja an ja wir nehmen einfach mal eine welt die wir uns schon erstellt haben da unten links ja ja okay war da unten rechts haben wir schon mal die baut für uns ja alle machen gerne ein bisschen im kreis kennen wir ja schon von minecraft ne wir gucken nochmal was wir gebaut haben in dem let's play möchte ich euch gerne zeigen oder vorstellen wie das denn so früher war, wenn man eine Stadt gebaut hat, und keinen Plan davon hatte, wie man so was macht. Der war gut. So, wir fangen an. Wo fangen wir an? Hinten links oder vorne rechts? Mittendrin? Hahaha, ja, der war eben. Ne, okay. Der war hier schlecht gewesen. Ne, wir fangen hier hinten an. Die zeigen euch erstmal, was wir hier so gebaut haben, oder ich? Ich. Warte mal, ich. Der. Ja. So, sehen wir weiter. Mwahaha, hopp, hoppali, hoppala. So, maling, malang, malung, maling, malang, malung. Lopp. Hier hinten kommt der Horrorwald. Dacke, sieht man ihn schon so ein bisschen. Aber, ich glaube, da müssen wir hinrennen. Das sehen wir, glaube ich, so nicht. Hahaha, rennen wir mal jetzt. Ach, man. Kloppi. Springt da hier in die Lianer-Tanzer an, Alter. Da sieht man den Ton. Alter, ist das ein Wald? Ey, ist das ein Wald? Nö, hat die Fresse, blöde Schaf. Schlacht dich der ab, Junge. Alter, Vater, habt ihr sowas schon mal gesehen? Boah, gebt euch mal die Riesenbäume an. Nö, 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 hat die Fresse, Mann. Blödes Scheissschaf. Möp, 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 möp. Kickt euch doch mal die Riesenbäume an. Oh, oh. Nennt sich Big Trimot. Kicken, vielleicht verlinke ich euch das unten, unter dem Video. Aber da müsst ihr Glück haben. Hahaha, das werdet ihr bestimmt war. Jo, locken wir mal hier hinten lang, kurz ein bisschen lang, link, lang, lang. Und was wir hier so alles haben, ne. Jo, Bäumchens, Bäumchens, Alter, wenn du da mit der Timber mal dran gehst, Alter. Das muss ja hier klingeln, nimm die Kasse, Alter. Oh, oh. Guck dir mal an, Alter, wenn die Gegend rutscht, eh mal, Alter. Dann hast du gleich 50 Kisten voll, Junge. Oh, 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 ja, das ist ja lustig. Oh, ich mach mir das Ding doch gleich mal ruf. In der nächsten Folge gucken wir uns denn an, wie schön wir hier abschlachten, die ganzen Dinger. Mann, Alter, da brauchst du nur einen Baum, Alter, du kannst 100 Häuser bauen, Junge. He, he, he. Das ist ja lustig. Mö, 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 mö. so du auch mehr die fresse blöde sau der kipfer drauf ey so dann kommen wir mal wieder allgemein hat war so eigentlich machen wollten wir bauen ja also berlin berlin war ja früher mal ein fischerdorf kennen wir alle wissen wir alle dass die an wasser erlebt haben das wissen wir wohl auch sonst wären das ja keine fischer ne hahaha ja der war auch gut ja komm her du sau und die musik schöne musik ja so wir werden wohl anfangen mit was haben wir an ein fernsehtum das wäre wohl glaube ich das beste ne oder oder berlin fernsehtum aaaah kennt er aber jo so jetzt habe ich euch erstmal hier den schnipsel gezeigt was ich mir hier schon an hier bohrt habe hier wird mein lager vorzugsweise erstmal da hinten haben wir noch dann ja guck mal guck mal guck mal guck mal schön eingebaut hier mit schönen zaun dass da keine rennen fällt und so ne joa plop so ungefähr hahaha ja da gucken wir mal was wir da unten haben war da hat er noch was verjessen hulig 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 schickes ding schickes ding ja hat er schon ein paarبة gebaut nee mad lustig hahaha für alle leute die auch aus berlin kommen Wird schön, wenn ihr mir sagen könntet, was ich noch bauen soll. Also wir fangen hier erstmal am Alexanderplatz an. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wa? Alexanderplatz. Also hier nicht kommen mit, bau noch mal den Zoo oder sowas. Nee, Alexanderplatz. Da gibt es zum Beispiel Galeria Kaufhof und Saturn und Alexa und den Fernsehtom und ein Kino und den Bahnhof und die Kirche und den Dom. Und haste ihn hier sehen. Da könnt ihr euch was von aussuchen. Ich glaube. Ja, ich glaube. Was glaube ich denn? Ich glaube, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier ansatzweise ein Stück Berlin erschaffen haben. Aber mit dem Fernsehtom sind wir da eigentlich schon ganz dicht dabei, ne? Gibt es ja nicht überall. Der war jung. Ha, ha, ja. Lustig. Lustig, lustig. Tralalala. Oh, Platsch. Oh. Jetzt haben wir das, glaube ich, schon zum Spätmeil sehen, wie wir hier runterfallen. Na, Angel hat da schon Fischer. Da können wir uns ja schon ne Mietze-Katze holen. Juhu. Ne Mietze-Katze. Maus, maus. Mietze, maus, maus. Ha, ha, ha. Ha, ha. Der Gronkh hat ja seine Dote geschlagen. Der Kloppi. Ich hole mir einfach wieder ne Neue. Und dann nenne ich die auch Mietze, maus, maus. Ha, ha. Das darf ich ja jetzt. Der Gronkh hat ja keine mehr. Na, ha, 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 ha. So. Ich glaube, das wird erstmal reichen für das erste Video, Vorstellungsvideo und so. Müsste das ja erstmal hier lang. La, 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 lang. Wenn ihr Ideen habt, was man hier so alles hinbauen kann. Ja, ich hab die Monster noch aus, weil es nachts ist. Ich baue hier gerade. Ich bin hier gerade in der Bauphase. Also, ey, da durf ich das, ey, da der Gronkh durfte doch, ey. Lass mir doch mal in Ruhe. Ich will nicht auch dürfen. Ha, ha, ja. So. Alle, die Ideen haben, können ja gerne Kommentarfunktion missbrauchen. Die es ihr unter dem Video gibt, ne. Könnt ihr euch mal die Karte angucken. So ein bisschen, was ich hier so schon erschaffen hab. Ist ja nicht viel, das sehen wir auch so, wa. Ja, ich glaube schon. So, Mietz, Mautz, Mautz. Das ist dann wohl das nächste Projekt war. Aber da müssen wir erstmal einen Dschungel finden. Zwei Dörfer hab ich hier auch schon gefunden. Die hab ich schon ausgeschlachtet. Hör gar nicht geklaut, was sie da hatten. Die ganzen dummen Dödels. So, so, so. Ja. Dann denk ich mal, wisst ihr soweit Bescheid, ne. Das kann man dann noch abonnieren, so ein Video. So ein Kanal hier, so. Das gibt's dann oben, oben links in der Ecke. So ein Abo-Button. Oder unter dem Video. Da gibt's auch einen. Da gibt's auch einen Bewertungs-Button. Den kann man auch drücken. Kannst dir ruhig mal trauen. Kannst dir mal aufdrücken, gucken, was passiert. So. Klettern wir nochmal hoch hier. Springen wir nochmal runter. Und dann machen wir Feierabend für heute, ne. Fafafafafaf. Feierabend. Drrrra. Söli. Döli. Möli. Ja. So. Gucken wir jetzt nochmal kurz, was wir hier auf der Terrasse. Ui. Beinahe werden wir da drin gefallen. So. Wir haben uns hier auch schon Optifine installiert. Um immer schön dicht bei der Sache zu sein. Ich wollte gerade sagen, steht da ein Schleimklotz. Oder ist ja ein dummenscharf. Schleim kann ja hier ja nicht spawnen. Das haben wir ja deaktiviert. Platsch. So. Haha. So. Ich wünsche euch dennoch einen schönen Tag. Abend. Was ihr jetzt auch gerade so habt. Wenn ihr das Video guckt, ne. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Kommentare da lasst. Je nachdem. Was euch so beliebt, ne. Also das wird hier der Alexanderplatz. In Berlin. Ja. Richtig. Berlin. Und ich würde mich echt freuen. Ach du Scheiße. Jetzt regnet es. So wäre ja ohne nass hier, ey. Uh. Das war kurzer, kurzer Schauer. Juh. Schön. So ist fein. Könnt ruhig immer so sein. Hahaha. So. Denn haut da rein, wa. Macht das gut. Einen schönen Abend. Schönen Tag. Ach. Alles, was du wollt. Danke für das Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Beim ersten Video von meine Let's Play Together. Und. Ich sag dann mal einfach. Bis dennne, ne. Ich sage dann mal einfach. Bis dennne, ne.